Hallo Leute, am Sonntag ging es auf eine Rundreise. Für mich erstmal von Gelsenkirchen nach Wuppertal zu Ole und Anja. Von da aus ging es dann gemeinsam weiter zum Pixelcafé Cologne nach Köln. Hier in Köln bei Luisa und Thorsten gab es ein Zusammentreffen mit weiteren Leuten und dann eine gemeinsame Weiterfahrt nach Weilerswist zum zweiten Warm-up. Ein bunten Treffen, bei dem so ziemlich alle Fahrzeugkategorien vertreten waren. In Weilerswist angekommen, erwartete uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Kesselbuntes. Oldtimer, Youngtimer, US Cars, Ratten ebenso wie die Fahrzeuge der Tuning-Freunde. Es war alles vor Ort. Glieder, Youngtimer, USA Dschacht in Deutschland 5,0 bis 2,0 bis 2,0 bis 1,0 bis 2,0 bis 2,0 vor Ort. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Da wir aber noch einiges vor hatten, sind wir auch nicht lange in Weilerswist geblieben. Es ging wieder auf die Autobahn Richtung Sauerland, nach Attendorn zum Oldtimer-Treff. Untertitelung des ZDF, 2020 In Attendorn war leider nicht mehr viel los, das Treffen kurz vor dem Ende. Und so sind wir dann auch weiter nach Lüdenscheid gefahren, wo wir dann den Tag mit einem guten Essen abgeschlossen haben. Als ich am Abend wieder zu Hause war, waren gut 400 Kilometer abgespurt. Das nächste Wochenende wird etwas ruhiger. Da geht es nur zum Oldtimer-Treff Ruhr auf Zeche Ewald in Herden. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020